Du vergast dein Trinken zu leeren? Kippe es nicht weg! Du hast etwas zu trinken und vergessen, es auszutrinken und denkst daran, es wegzuschütten? Stopp! So nicht, sondern gieße deine Blumen mit dem Wasser. Die werden dir da dankbar sein und nun nur noch ausspülen, wiederverwenden oder beim Pfandautomaten abgeben und 25 Cent bekommen. Zwölf Buchstaben sind noch versteckt. Bindet sie und gebe es am 24. Tag ein. Viel Glück beim Suchen! Bis morgen! Bis morgen!